Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student. Im Deutschkurs B2 bis C1, Redensarten, das Thema, das Blatt wendet sich. Ich ging heute spazieren, da fand ich das Blatt auf dem Weg, schaute es mir genauer an. Nachdem ich es aufgehoben hatte und kam auf die Redensart, das Blatt wendet sich. Das Blatt bedeutet, etwas wird total anders, etwas ändert sich. Sie können unter oder im Internet diese Redensart nachlesen und sich damit näher beschäftigen. Und dieses Bild, eine Fotografie von mir zusammengestellt, beschreiben. Was hat sich hier geändert oder was spielt sich hier ab? Was könnten diese beiden Blätter sein, symbolisieren, darstellen? Ich werde Ihnen weiter Hilfestellung dazu anbieten. Tschüss.